Liebe Gartenfreunde, heute mal ein kleines Video in einer eigenen Sache und da geht es um einige Kommentare und da scheint es bei einigen wenigen, einigen wenigen auf jeden Fall, so ein, zwei Verständnisprobleme zu geben. Also es geht darum, wenn ich euch jetzt zum Beispiel irgendwie ein Video aufnehme zum Thema Blattläuse mit irgendeiner Rhabarberjauche oder mit einem Rhabarbertee bekämpfen, so. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, zwei Tage später, ich habe das Video veröffentlicht, zwei Tage später lese ich in den Kommentaren, es wirkt nicht bei mir. Da denke ich mir so zwei Tage später und es wirkt nicht, das ist echt ein Riesenproblem. Und zu dieser Problematik möchte ich einfach mal ein, zwei Sätze loswerden. Also in den meisten Fällen sollte man sich erst mal fragen, wenn ich im Garten oder auch in der Wohnung irgendwie ein Problem mit meinen Pflanzen habe, dass da ein Schädlingsbefall ist, dass die Pflanze krank ist, wie auch immer. Ja, gibt es irgendein Problem am Standort, wie die gepflanzt ist, was für eine Nährstoffversorgung die hat, was für eine Wasserversorgung die hat und so weiter. Das bedeutet, die Pflanze ist geschwächt. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt gerade eine Riesenstressphase, rennt von Auftrag zu Auftrag, Stress mit Partner, mit Partnerinnen, vielleicht mit Freunden, Stress und so weiter. Und dann, wie ist es? Genau, dann kommt noch eine Erkältung dazu. Ihr seid einfach so allgemein schon geschwächt, gestresst und dann kommt in den meisten Fällen auch noch irgendwas Körperliches dazu. So kann man sich das, glaube ich, so für mein Verständnis bei den Pflanzen vorstellen. Irgendein Faktor ist nicht optimal für die Pflanzen und dann brechen halt irgendwann die Krankheiten oder die Mangelerscheinungen oder die Schädlinge ein. So in das Mini-Ökosystem Pflanze. Ihr kommt dann nächsten Tag zum Hochbett und denkt, um Gott des Willens, die bösen Blattläuse, warum sind die denn jetzt an meiner Pflanze? Oder jetzt habe ich auf einmal Mehltau oder jetzt habe ich auf einmal Braunfäule, obwohl wir erst am Anfang der Saison stehen. Also in den meisten Fällen gibt es da tatsächlich einfach einen Grund, dass das so ist, weil irgendein Faktor oder irgendeine Bedingung für ein gesundes Wachstum, für eine gesunde Entwicklung nicht passt. Das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte. Also nicht erst mal, was kann ich dagegen machen, sondern warum ist denn das eigentlich da, dieses Problem? Kann man sich einfach mal ein Buch schnappen, einfach nochmal lesen, jetzt, okay, Zucchini-Standort, Nährstoffversorgung und so weiter und dann denkt man, oh, okay, es passt vielleicht doch nicht so ganz. Das ist erst mal das Erste. Dann, wenn ich euch jetzt irgendeine Tinktur empfehle, das sind, wie gesagt, in den meisten Fällen sind diese Mittel oder ich würde behaupten, 70 Prozent von dem, was wir im Garten machen, an guten Ratschlägen, an Weisheiten und so weiter, das ist alles weitergegebnis Wissen. In den meisten Fällen steckt da nichts, keine wissenschaftliche Studie dahinter, weil einfach für irgendwelche Unis und so weiter, da einfach gibt es keinen Grund, eine Studie zu machen, die so und so viel Euro kostet, wenn es darum geht, keine Ahnung, wie wäre ich meine Blattläuse an der Kapuzinerkresse los. Das interessiert, ist jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich verwertbar oder nicht genügend verwertbar. Von daher gibt es zu vielen Themen bei uns im Garten überhaupt keine wissenschaftlichen Studien, auch wenn das manchmal so klingt, liest man in dem Gartenblock, in dem Gartenblock und da denkt man, oh, das muss mal irgendjemand überprüft haben. In den meisten Fällen sind das einfach nur hörenden Sagen, was von Generation zu Generation weitergegeben worden ist oder eigene Erfahrungen und eigene Beobachtungen, die man macht. Das ist, glaube ich, das Wertvollste. Und dann gibt es vielleicht uns Garten-Youtuber, wir können auch unseren Wissensschatz an euch weitergeben, was mal bei uns funktioniert hat. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass das bei euch funktioniert, weil ich wohne jetzt vielleicht im Norden und ihr wohnt im Süden. Ihr habt schon wieder ein völlig anderes Klima. Ich habe den Boden, ihr habt den Boden. Ich habe die Sonneneinstrahlung, ihr habt die Sonneneinstrahlung. Ihr habt das Wasser, ihr habt das Wasser. Ihr habt die Mikrobakterien in der Erde, ich habe die Mikrobakterien in der Erde. Also es gibt so viele tausende Faktoren, die in der Natur Einfluss auf Pflanzen, auf Bäume, auf eure Gemüsepflanzen haben. Die können wir überhaupt nicht erfassen oder von denen haben wir überhaupt keine Vorstellung. Niemand hat davon eine Vorstellung. Und deswegen sind das alles immer nur Erfahrungswerte, die wir weitergeben, die eventuell funktionieren könnten bei euch. Mehr oder weniger ist es nicht. Und darüber sollte man sich einfach klar sein. Also hier stellt sich jetzt keiner vor der Kamera und sagt, okay, ich denke mir jetzt mal aus, Ahorn wirkt gegen Blattläuser. Macht ja keiner von uns. Also wir haben es ja alles selber ausprobiert. Wir machen das. Wäre ja total bescheuert, wenn wir uns das irgendwie jetzt aus den Fingern saugen. Bringt ja auch nichts. Und unsere Intention oder meine Intention ist ja, euch irgendwie was Hilfreiches weiterzugeben, was funktioniert. Und wenn ich dann irgendwie eine Woche später lese in den Kommentaren, bei mir hat es funktioniert, ja perfekt, dann hat es doch einen Sinn einfach, dass ich das Video gemacht habe. Und von daher sollte also jeder erstmal sagen, okay, warum könnte die Pflanze diese Krankheit haben? Und das, was irgendjemand im Netz oder vielleicht von Freunden euch weitergibt, sind Erfahrungswerte, mit denen derjenige positive Erfahrungen gemacht hat. Aber es heißt nicht zu 100 Prozent, dass es bei euch funktioniert. Ja, das war eigentlich der Sinn des Videos, Leute. Könnt ihr gerne mal eure Meinung drunter schreiben. Würde mich freuen. Vielen Dank für eure Zeit. Bis bald, euer Robert von Adorando. Ciao.